Mein Name ist Rain. Meine Eltern haben mich so genannt, weil sie glaubten, dass Afrika nicht so dringend brauche wie Regen. Regen, sagten sie, würde alle Probleme beseitigen. Nicht ihre, aber die von Afrika. Ich weiß nicht, was sie geraucht oder getrunken haben, als sie auf den Gedanken kamen, ihre älteste Tochter so zu nennen, aber ich hoffe, sie hatten ihren Spaß dabei. In Afrika war ich zum ersten und letzten Mal mit 18. Ich gehe nie wieder dorthin. Nicht für alle verdurstenden Babys der Welt. Rain also. Als Kind nahm ich an, meine Eltern hätten an einen warmen Landregen gedacht. Einen von der Sorte, die an den Wangen kitzelt und die schönsten Regenbögen an den Himmel zaubert. Heute glaube ich, es war die Blitz- und Donnervariante. Im Englischen sagt man bei Wolkenbrüchen, es regnet Katzen und Hunde. Das ist meine Sorte Regen. Das bin ich. Wenn dir statt zarten Nieselns ein Biest mit verfilztem Pelz ins Gesicht fällt, gestatten, Rain Mazursky. Ich trage rote Dreadlocks und ein Tattoo auf meiner linken Schulter. Ein Eiskristall, kleiner als meine Hand. Ich habe ihn mir stechen lassen, nachdem ich Afrika überlebt und beschlossen hatte, nie wieder irgendjemandes Regen zu sein. Mag sein, dass das Power-Pathos ist, Rain, die zu Eis gefriert. Aber ich habe da unten einiges durchgemacht, das ich niemandem an den Hals wünsche. Nicht mal meinen Großeltern. Emma, meine jüngere Schwester, behauptet, ich hätte mich durch die Sache dort gar nicht so sehr verändert. Ich hätte schon vorher einen Dachschaden gehabt. Und wer Emma kennt, der weiß, dass sie das ernst meint. Emma ist niemals ironisch oder sarkastisch. Emma ist auch niemals höflich. Emma sagt einfach, was sie denkt. Und dann kann man sich sicher sein, dass es wenigstens in ihrer Welt die absolute Wahrheit ist. Vielleicht hat sie recht. Afrika trägt nicht an allem die Schuld. Ich war nicht mal zwei Monate dort und das scheint selbst mir nicht lange genug, um einen Menschen umzukrempeln. Aber letzten Endes spielt das keine Rolle und das weiß auch Emma. Ich liebe meine kleine Schwester. Sie ist das, was von meiner Familie zählt. Und mehr Familie brauche ich nicht. Die Ereignisse, die ich schildern will, haben keinen klaren Anfang. Ich könnte mit dem Tod unserer Eltern beginnen, mit dem Absturz ihrer Maschine. Oder 18 Monate später, am Tag Null, wie alle Welt ihn heute nennt. Dem Tag, an dem die ersten Geister erschienen. Übrigens einem Donnerstag, was uns zurück zu Unwetter und Regen führt. Aber ich springe weitere 18 Monate vorwärts. Zu diesem Zeitpunkt waren Emma und ich seit drei Jahren Vollweisen. Ich war 19, meine Schwester 17. Und wir fuhren in einem verrosteten Mini-Cooper durch Europas einzige Wüste.